Heute zweiter Termin zu unserer Reihe Green Deal im Fokus. Heute ging es um die nachhaltige Mobilität. Mobilität ist für uns in Bayern als Automobilland und als Flächenstadt unwahrscheinlich wichtig. Dabei ist es notwendig, dass wir einerseits die Wirtschaft mitnehmen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger eben die Voraussetzungen so stellen, dass sie auch mitgehen können. Dazu gehört, dass wir eine Ladeinfrastruktur brauchen, dass wir aber die Technologieoffenheit auch nicht verlieren dürfen und ganz wichtig, dass es zum Beispiel auch Förderprogramme auf Bundesebene gibt, die weitergeführt werden und nicht eingestellt. Vielen Dank!